hey moin freunde was geht hier ist euer rap Marek und ja wie gesagt ich mache ein kleines video vor allen dingen zum dank dass ihr mir so viel glückwünsche zu meinem geburtstag geschickt habt und ja das fand ich total klasse von euch bin jetzt 21 jahre alt ich bin uralt fühle mich auch schon so und ja ich denke mal das video muss auf jeden fall sein was ihr gleich zu hören bekommt ist ganz viel vor allen dingen informationen zu allem von uns ja fangen wir erstmal an punkt 1 ich bin rap Marek komme aus bremen also ganz weit oben im norden und ja wie gesagt und ihr wisst es schon ich bin 21 jahre alt mache eine ausbildung zum hafen logistiker also fachkraft für hafen logistik also mit schiffen stauen und was da alles zu gehört bin im zweiten lehrjahr habe also nicht so extrem viel zeit aber versuche ihn natürlich für euch so zu nehmen und ja habe auch meine eigene wohnung deswegen ist immer mit geld immer so ein zweiter punkt bei mir da muss ich immer schon ein bisschen sparen wenn ich mir irgendwas leisten will ist leider so bei mir ich kann auch vor allem nicht mit geld umgehen das ist aber wieder was anderes zum zweiten wie es angefangen hat mit unserer seite das ganze angefangen vor ich weiß es jetzt nicht mehr 100 prozent genau ich habe das auch nicht nachgeguckt also es ist bestimmt jetzt zwei drei drei monate auch jeden fall jetzt irgendwie her habe ich selber so ganz alleine für mich dann also nicht ganz alleine aber mit meinem kumpel zusammen aus einer alten crew von mir haben wir dann zusammen immer wieder geglitscht um ein bisschen geld zu machen und auch andersweitig witzige glitsch aber dann kamen wir mal zu dem punkt dann wie natürlich ist immer so wie man kennt einfach nicht jeden youtuber der glitsch videos macht das heißt wir haben auch nicht immer wirklich jede informationen gehabt und ja um das ganze dann kurz zu machen da haben wir einfach im kumpel noch nicht gesagt weißt du was irgendwie wäre es doch ganz nett wenn wir denn da die ganzen informationen über aktuellste glitsch die doch gehen sozusagen mit anderen leuten zu teilen mit euch und auch andere weitere informationen und dann haben wir dann auch so weit angefangen dann haben wir auch die seite aufgemacht und dann ging es auch ratzfatz dass wir den 1000er mark erreicht haben und das fand ich total klasse und nicht nur das also dank euch auch 2000er marke jetzt sogar fast 2300 oder sowas im dreh also wirklich klasse und das ganze hat ja sehr klein angefangen zwei admins ich und ein kumpel und inzwischen sind wir wirklich ohne witz 15 administratoren ja wir sind sehr viele aber wir haben ja auch nicht nur eine seite jetzt inzwischen das ganze hat sich so krass ausgebreitet dank euch dass wir mehrere facebook seiten betreiben zwei youtube channels haben eine internetseite zwei twitter accounts und diversen anderen scheiß ja ohne witz das hört sich so als ob wir übertreiben aber es läuft wir können euch informationen zeigen da wir auch sehr große kommen wir auch an andere sachen ran wie andere große youtuber und haben ja auch die partnerschaft mit snake und haben daher auch informationen und können euch wirklich alles zukommen lassen und das ist natürlich eine große gemeinschaft jetzt und das ist total klasse also das freut mich immer wieder ich kann es ja kaum glauben wie das ganze so schnell also ich hab gedacht dass wir erreichen 500 so im dreh also das war schon echt am anfang für mich sehr krass 500 okay das ist viel naja auf jeden fall ja wundert euch nicht warum ich hier so paar pausen dazwischen habe ich rauch gerade noch nebenbei eine zigarette ja bin auch noch raucher noch ganz schlimm auf jeden fall das erstmal also wie das angefangen hat ich hoffe ich hab's euch jetzt ein bisschen erklärt ja manche sagen wir sind abgehoben schon und das stimmt natürlich nicht wenn euch etwas nicht gefällt versuchen wir es nach euren wünschen zu drehen es geht ja um euch und nicht um uns und genau so ist es auch mit red marik bei mir und natürlich auch bei gta online glitch wir sind ja wie ich gesagt habe mehrere administratoren und ja beispielsweise ihr kennt auch manche ben der postet immer sehr viel für euch die ganzen glitch videos oder der burton boy und den kennt ihr durch die glitscher lobbies und die tuning treffs und die sind natürlich voll aktiv dabei dann gibt es noch andere die weiter im hintergrund sind und andersweitig ihre arbeit machen und auf jeden fall so ein schönes netzwerk haben wir dadurch gebildet ja und ihr werdet auch natürlich in zukunft auch nicht nur über gta viel hören also natürlich werden mir jetzt ich habe mir jetzt gta vorbestellt weil ich mir die ps4 am wochenende gekauft habe zu meinem geburtstag ich habe mir mal selbst beschenkt habe mal viel geld ausgegeben und da werden wir natürlich auch da videos machen und wenn ich das wenn ich das game habe dann werde ich auch natürlich ein werde ich auch die let's place alle rausbringen damit ihr auch seht was jetzt abgeht auf der neuen konsole und wie das ganze jetzt gemacht wird ob sie da irgendwas gemacht haben waffentechnisch und ja so das ist auf jeden fall erstmal wichtig und da werden wir auch bei gehen und würde natürlich uns freuen wenn ihr auch uns auf youtube unterstützt und twitter und sonst wo überall und ja war mein kurz wieder mal einen zielenden zug ja auf jeden fall es freut mich immer wieder wie das hier gerade abgeht auch dickes dank an mein admin team die einfach ohne dass ich das weiß also ich bin ja sehr stark auf der seite aktiv auch wenn ihr es nicht mitkriegt ich schreibe ab und zu mal sogar mit euch wenn ihr uns anschreibt und auf manche kommentare antworte ich wenn da rechtschreibfehler drinnen sind ich habe eine rechtschreibschwäche ich krieg das nicht gebacken manche sachen da sollte die mir aber auch nicht böse sein ich bemühe mich darum dass alles soweit vernünftig ist dass man es auch versteht natürlich muss man auf einer seite seriös sein und halt keine rechtschreibfehler aber bei mir geht das nicht anders ich krieg das nicht hin ähm ich bemühe mich drum schäme mich dafür ein bisschen seid also nicht zu streng zu mir mhm ja eigentlich war es das soweit im großen text äh ja also was ich mir so eher wünsche und vorstelle was jetzt so weiter passiert ist dass ihr natürlich auch ähm weiterhin da seid wir sind natürlich weiterhin für euch da auch wenn GTA irgendwann vorbei ist werden wir auch äh bei Spieleweltseite unsere Spieleweltseite werden wir da denn aktiv dabei sein wir werden überall aktiv dabei sein natürlich nur wenn ihr es wollt werden wir dann für euch da sein und auch RapMarek das ganze bleibt auch und wir werden auch da Videos machen wir werden auch mit Snakes zusammenarbeiten und wir werden auch mal gucken ob wir es auch irgendwie so hinkriegen dass wir auch mit anderen YouTubern zusammenarbeiten auch Let's Plays von neuen Games wie Assassin's Creed Unity oder äh das neue Call of Duty da werden wir auch dabei sein natürlich immer wenn ihr es wollt das ist immer das Ding wir machen nur dann wirklich was wenn ihr es auch wollt und wenn ihr es haben wollt dann machen wir es sofort ähm ja meine Zeit ist ja auch immer sehr begrenzt nach der Arbeit bin ich auch mal fix und fertig aber trotz all dem mach ich die ganzen Videos für euch noch und häng auch immer wieder an der Seite rum und äh schreib euch wenn ihr mit mir zocken wollt wenn ihr mit unserem Admin Team zocken wollt ihr müsst Bescheid geben und dann machen wir es natürlich auch wir zocken auch gerne mal mit euch eine Runde ich habe mir die PS4 geholt und gerade zocke ich auch Killzone und den ganzen anderen Kram Watch Dogs also das ist ja nicht mein Fall aber das zocken wir auch und ähm auch auf Xbox muss ich sagen haben wir auch bauen wir auch gerade auf haben da auch Xbox Spiele auch sogar einen Moda in unser Team obwohl wir eigentlich nicht dafür bekannt sind und eigentlich auch nicht unterstützen haben wir einen Moda in unser Team der aber nicht übertreibt und so einen Scheiß baut also gut naja das war es jetzt von mir also von uns allen und äh ein dickes Danke und dickes Lob an euch alle und ihr seid die Besten die man haben kann deshalb freue ich mich auf die nächste Runde und zwar auf 3000 Likes wäre Hammer wenn wir es hinkriegen und jo lasst ein Like da einen Kommentar und sonst was haut rein ciao